So, der ist auch weg. Na ja, nicht weg. So, die Nacht hier. Kleine... ...Sühnchen. Jawoll! Habt ihr den Lauf gesehen? Klack, klack, klack! Wieso will ich das sehen? Ja, dass unsere Schiffe mal rennen müssen, sonst würde ich es in meine Crew aufnehmen. Ihr seid natürlich, wenn ihr das jetzt in unsere Crew auf und tun danach... ...mit dem anderen Schiff reparieren. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann... ...In Kenways kurz aufnehmen. Weil wir den Screen lange nicht mehr hatten, lass ich mal durchlaufen. Was für eine anberaumte Screen. Und weiter geht's. Und... Feuer! 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 Auf deinem Zeichen, Captain! Achtung, Edward! Bring dich! So... Feuer! Bring dich los! Ich würde meine Sauern lassen, zu reparieren! Feuer! Feuer! Machst uns doch, Segelberg! So, jetzt noch einen Schuss und dann haben wir es wieder geschafft. Uah! Und wie wir es im letzten Moment noch geschafft haben wieder. So, naja, ich hoffe, das wird uns jetzt, äh... ...mit nächstem Mal immer besser. Was das Mörsern angeht. Weil, ohne Mist, unsere drei Seitenhörungen machen mittlerweile auch ordentlich Schaden. Und jetzt, wenn wir mal unser Schiff trotzdem mal hören. Mit diesem geschmuckten Ding hier. Es ist eigentlich nie schlau, um die Schiffe auf den Boden zu schicken. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du viel spielen willst, dann du es eigentlich immer... ... den du es eigentlich immer holen. Und wenn man das aber mit dem holen ist halt... Wo hast du den Schiff? Zehn Stück mit drei Schüssen? Ohne Feuerwehrs? Cool! Das Problem ist halt, äh... Manchmal hat man einfach keine Bock oder keine Zeit. Das Schiff extra. Ich meine, wenn ich hier... ...drei Folgen mit euch gemeinsam... ...Schiffe entere, dann hab ich dann auch keinen Bock euch das noch anzutun. Jedes einzelne Schiff dann auch noch zu entern, im Endeffekt. Dann knall ich dann das ein oder andere einfach mal euch das so lieber auch ab. Es sei denn natürlich... Ihr wollt, dass ich hier das Schiff ändere und wollt den Kampf dann immer sehen. Dann müsst ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Ich kann ja nicht Gedanken lesen. So gern ich das auch tun würde. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, also... ... Gedanken lesen... Ah, jetzt hab ich eh nicht diese Mission. Eigentlich hab ich die Mission wieder. Das Observatory. Und dann mit... Ja, ich bin dann... Dann machen wir uns auf den Weg... Und nehmen natürlich das da hinten noch mit... Oh, es gibt dann... ... Rum, Holz, Stoff, Zuhause, zuhause, zuhause... ja was ist denn ein großer Schuss habe ich? ach scheiße bereit zum Feuer ach scheiße so die Aufwarschmann Aber jetzt? Das kleine Schiff, die einfach? Ach du Scheiße. Mit zwei, mit einem Schuss aufs Fahrer war es eigentlich ein Kind, ey. Krass, 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 krass. Ja, da können wir uns wirklich mal aufrusten, wenn wir keine Mörser geschossen haben. Dann wird das ja... Nicht ganz so einfach. Direkt mal reparieren und los geht's. Inscreen überspringen wir. Und dann geht's gleich los. Und zwar... Jetzt natürlich richtig. Hallöchen! Feuer! 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 Hebt den Befehl! Geht der Feuer! Jetzt Feuer! Jetzt Feuer! So, da war das so. Gegnerfeuert! Ich bin von Freunden. Zurück, sie schickt uns auf den Meeresgrund! Gegnerfeuert! Ach, das ist ja nicht mehr alle. Macht euch frei! Achtung! Feuer! So! Hallöchen! 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 So muss ich ein bisschen auszweiten. Dann kriegt das erstmal hin. Das ist ja schön. Feuert! Feuer! So, also ich krieg's zumindest schlecht. Feuer! So reinmachen für Aufschlag! So! Wir haben den Kind und dann... Feuer! Wunderschön! So Universal den Fall, da kann ich noch mal... So convenience Unijść. Faht! Ja toll, verarschbe ich mal. Feuer! Ich bin jetzt ja er directoriert, die Schiffe in klettern Quase. Feuer! Feuer! Wunderbar, dann haben wir das geschafft! Welche sollen sie uns? Oh, das sind große Fahrzeuge. Das hole ich mir natürlich. Feuer! Oh, ich warst den Ball, du! Oh, ich warst den Ball, du! Feuer! Wann der eigentliche? Seid mal, jetzt wird unser jetzigen Schubgeschäft... Wäre erstmal echt eine Option ausgebildet, ob da noch stärker ein Schiff als der 38. Kommt bei mir gerade jemand? Feuer! 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 Warte, das sind da noch alles! Feuer! Feuer! Hebt den Befehl! Wir wollen uns das schlussieren, dann müssen wir uns in Besuch, wenn wir das schon machen wollen, dann müssen wir uns auf jeden Fall... noch einmal hochheilen. Weil, wenn da wirklich eine 50er Schuss kommt, Und dann möchte ich ohnehin ja mit einem Balken gehen, das geht. Was ist denn los, muss ich mal sagen? Ja, das Zug zählt echt super. Yeah. Ja, der ist echt gut geklappt, der ist. Ich bin auf jeden Fall schon mal bei der Hura selber. So. Ja, der ist halt schon. Und stirbt. Na, nervig ist Puck. Leute, halten die Leute mal nicht mehr hier vom Leib. Ich müsste mal ganz kurz daraus halt ledigen. Oh, das gibt's doch nicht. Geh mich durch den Nerven. Mann. Puck. Mehr los. Zurück nach zurück. Schade. Na. Herr Bubis. Und die hat sogar Mörsergeschosse dabei. Siehst du mal, check doch, reparieren. Ich bin für jedes... Was hast du denn jetzt gerade? Ich bin für jedes Mörsergeschoss dankbar. Da, ja. Du kannst dein Grafikpack. So, wo sind die ganzen Leute hier, die noch Stress wollen? Gute Nachts. Gute Nachts. Da, Käpt'n. Da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Sind bei... Segel setzen. Bewegung! Feuer! Auf Gleien! Nehmt und verbaut! Oh, frontal, frontal, frontal! Uuuuh! Vor Segel einholen! So viel Segel wie er kann! Frontal! Alle Segel setzen und starten fest! Gegner feiert! Huch, hu, hu, hu! Ich verlaufe! Ein Wrack mehr! Alter, schnieder! So, die haben wir gerettet. Greff die Tau- und Bramsegel! Hier gibt es noch was zur Beuten. Schießen! Segel setzen! So, das ist noch Musikbeutel. So, das war nicht besonders viel. Jetzt drehen wir natürlich um. All außer Großberg! Weitere Kräfte ist zu gehen! Verdammt an Leben! Aufstellung, ihr Marden! Feuer! Feuer! Ja, ha! So, das sind die Haken fest. Feuer! Verreiten zu feiern, Sir! Lass uns versenken, Kenway! Kleinen Kasten, würde ich sagen. Nein, ich will nicht. Außer Feuer! Feuer! Auf ein Zeichenkästen! Ja, ha! Ja, ha! Feuer! Feuer! Ja, ha! Aha! Was ist denn die Haken? Weitere Kräfte! Vereilen uns Schoen, Sir! Feuer! Feuer! Weg, das Feuer! Ha! Na dann bitte für den Kümpden! Auf uns bei zweitlich. Achtung! Achtung! Rundaaaaa! Huuh! Ha! Huuh! 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 Huih! Huuh! Huuh! Roll nochmal! Das war einer übelst geil, wie wir unter dem Schiff, unter dem Rumpf des anderen Schiffes waren. Das ist auf jeden Fall mal richtig cool, wenn du ein Stück. Nutze E. Bam! Der Roll. Wenn er nicht, dann machen wir den Rest dann so. Hab ich mich erwischt! Wenn er zu dem Fett hier erwischt bin ich einfach. Den Herrn hier nicht, oder was? Na los! Ja, wow! Na los! Wow! Wo sind wir denn nicht? Boah, es gibt doch nicht. Ich hab nur noch einen einzigsten gebraucht. Und ich renne hier rum mit nem viertelsten Leben. Ähm, mit nem viertelsten Leben. Das ist mir Ruhe! So, ihr lieben Schmuckstücke dieser Welt. Ich hätt gern meinen Injector repariert. Bei Regenschein so mal Grafik-Bugs zu geben, wüsste nicht, dass mir das vorher schon aufgefangen ist, aber jetzt ist es nochmal aufgefangen. Hooh. Oh. Jo, passt schon. So, hier ist auch schon was da kommt. Da kommen sie schon, siehst du. Da kommen sie sie. Wir lassen gar nicht sagen, was das warten. Hundert Metalle. Da greift mich gleich aus. Hallöchen, rammen. Und frontal auf die Monsterwelle zu. Und hoffen, dass der gesamte Rest aller Schiffe zu rauf geht. Okay. Hallöchen, Baby. Level 60. Ach du Scheiße. Das Schiff ist wirklich Level 60. Das wird, oh mein Gott, das wird, oh mein Gott. Alter Schwede, wir werden das besiegen. Ich schau's mir selbst gleich ab. Oh mein Gott hab Jungs! Feuer! Wenn die Wanden alle Segel retten! Lass doch da! Feuer! Ach, wir noch Treppen! Sie feuern, Sir! Ja, das Feuer, das ist... Alter Schwede. Wir gehen gleich runter! Ich hab... Wo ist das... Was... Wo bin ich denn? Hier ist das genau das andere neben mir. Weil das wär mein Tod. Ich kann ja nicht schnell fahren. Das ist ein Schiff! Alter Schwede! Schiff! Oh! Jetzt bist du... Ich will nicht zum Hafenmeister, ich will in den Hafen, wie sie gerade bekloppt hier. Strong Schnellreise, genau das will ich machen. Sucht in den südlichen... Oha, der südliche Teil der Welt hat also größere Schiffe. Das ist ja interessant. So, hier haben wir noch nicht die Festung erkundet, das ist wahrscheinlich eine der ersten Festungen gewesen, weil die letzten haben das ja überall gemacht. Also merken wir uns ab vier voll die Sternenkampel Level 60er Schiffe und unser Schiff ist momentan noch nicht ganz so gut. Wir haben sie ganz gut mal trottiert, aber es hat nicht gereicht. Komm, wir haben. 2.000 Literal... Feuer! Ich bin schlimm, Baby! Ich will sie dafür bezahlen! Warte!